Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26195 zu Part 199 von Minecraft Singleplayer. Wir werden im nächsten Part, also im 200. Part, Gäste empfangen. Da freue ich mich schon riesig drauf, einfach mal so ein kleines Special zu machen, den Leuten meine Umgebung zu zeigen. Ja, um den Leuten hier meine Umgebung zu zeigen, muss ich noch ein bisschen was vorbereiten. Ja, zunächst muss ich noch ein bisschen was an der Burg da erledigen. Und dazu kommen wir jetzt eigentlich, ich gehe noch mal zum Hotel. Ich gehe noch mal zum Hotel und gucke, ob da alles in Ordnung ist. Alles beim Hotel nichts in Ordnung. Natürlich daran weiterarbeiten. So, wir brauchen noch zwei Schilder. Wir brauchen noch zwei Schilder. zwei Eier da rein Klappen hier hin Klappen hier hin So Da rein, wir brauchen noch einen Eimer, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wir dürfen einen Eimer machen. Ah, die Stumpe Depp, hier haben wir einen Eimer gemacht, wir sollten noch Steine packen, Steine brauchen wir noch. Vielen Dank. Vielen Dank. Hä? Ja. Der Fehler. So, den Rest zurück. Wir holen nochmal Wasser und bringen ein paar Schilder ins Hotel. Können wir auch finden. Jetzt ein Bonbon auspacken. Ah. Ah. Und da haben wir noch einen Eimer. Oh. Okay. Oh. 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 bing wir ernten jetzt noch mal schnell den weizen und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jawohl, es regnet. Jawohl, es regnet. Jawohl, es regnet. So, hier habe ich genau, um ein Steak Brote zu machen. Sehr schön. Das. Das. Immer noch das. So, das bringen wir zurück in die Kiste. Das da hin. Und die ganzen Weizenförner da. Ich werde das jetzt alle mal vernichten. Okay. 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 So, jetzt erstmal kurz schlafen gehen. So. Schlaf, Kind. Kleinschlaf. La, 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 la. Thumbs. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe es spawned bei zwei Eiern echten Hühnchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, ich habe keinen Schaufel mehr. Vielen Dank. 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 So, 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 so. Hier noch. Hier noch. Hier noch. Hier, ich habe, so, 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 so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss noch zwei Schaufeln machen. Dunkle Mägel. So, sodel, sodel, sodel. Ich muss noch zwei Schaufeln machen. 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 Hier ist noch so viel cool. Ich muss noch zwei Schaufeln machen. Oh. Oh. Ich muss noch zwei Schaufeln machen. 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 Oh, what the fuck. Oh, what the fuck? Ich muss noch zwei Schaufeln machen. 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 Ich muss noch zwei Flaschen machen. Alle Wege führen in die Mitte. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich freue mich so mega. Schau mal da. Ewisch nach oben gehen. Dann sehen wir uns im nächsten Mal. Gazi Melona. Stoffer. Dazu Uli. Sattel Uli. Doppelstohne. Da. Doppelstohne. Da. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.